Bhagavad Gita, Vers 4.21 Solch ein wissender Mensch handelt mit vollkommenem kontrolliertem Geist und vollkommen kontrollierter Intelligenz, gibt jeden Anspruch auf Besitz auf und handelt nur für die allernotwendigsten Lebensbedürfnisse. Daher wird er von sündhaften Reaktionen nicht berührt. Erklärung Ein Krishna-bewusster Mensch erwartet bei seinen Aktivitäten keine guten oder schlechten Ergebnisse. Sein Geist und seine Intelligenz sind völlig kontrolliert. Er weiß, dass er ein Bestandteil des Höchsten ist und dass deshalb die Rolle, die er als Teil des Ganzen spielt, nicht in seiner Wahl liegt, sondern vom Höchsten für ihn gewählt wurde und nur mit seiner Hilfe gespielt werden kann. Wenn sich die Hand bewegt, bewegt sie sich nicht nach ihrem eigenen Willen, sondern nach dem Willen des gesamten Körpers. Ein Krishna-bewusster Mensch handelt immer in Harmonie mit den Wünschen des Höchsten, da er kein Verlangen nach eigener Sinnesbefriedigung hat. Er bewegt sich wie ein Teil einer Maschine. Wie ein Maschinenteil geölt und gereinigt werden muss, um funktionsfähig zu bleiben, so erhält sich ein Krishna-bewusster Mensch durch seine Arbeit und bleibt auf diese Weise fähig, Handlungen im transzentralen, liebevollen Dienst des Herrn auszuführen. Er ist daher von allen Reaktionen auf seine Bemühungen geschützt. Wie ein Tier hat er nicht einmal Anrecht auf seinen eigenen Körper. Ein grausamer Tierhalter tötet das Tier, das er besitzt, aber dennoch protestiert das Tier nicht. Auch besitzt es keine wirkliche Unabhängigkeit. Ein Krishna-bewusster Mensch, der völlig in Selbstwirklichung vertieft ist, hat sehr wenig Zeit, fälschlich irgendein materielles Objekt als sein Eigentum zu beanspruchen. Um Körper und Seele zu erhalten, ist es für ihn nicht notwendig, durch üble Machenschaften Geld anzuhäufen. Daher wird er auch nicht von solchen materiellen Sünden verunreinigt. Er ist von allen Reaktionen auf seine Handlungen frei.